Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Kochen, Lernen mit Tom Cook Lessons. Heute sind wir mal wieder bei meinem lieben Freund Herbert in Schöneberg und heute gibt es bei uns, wir kochen heute gemeinsam, eine leckere Paella. Das ist das Wunschrezept, der Gewinnerbeitrag vom lieben Christian Kästner. Und wie das Ganze vonstatten geht, kennt ihr ja auch schon das Prozedere, wie es abläuft, alles. Und heute gibt es eine Besonderheit, die Begrüßung findet jetzt auch noch mal in Englisch statt. Hello, dedicated followers of Tom's Cooking Channel. I'm Herbert, his friend. So in January Tom held a little survey on his users on what to prepare next. And the winner recipe was Paella by Christian Kästner. And so we prepared something for two fish Paella. This time it's our chicken legs and it's for two persons. And so, enjoy! Freunde, hier ist jetzt unsere Zutatenliste für unsere Seafood Paella. Da haben wir ein Sammelsurium an Meeresfrüchten. Wir haben Tiger Prawns, wir haben Knorrhahnfilet, wir haben Grünlippmuscheln. Weiterhin haben wir einen Seafood Mix, der besteht aus Tintenfischpulper, also klein geschnitten. Wir haben kleine Tintenfisch, wie sagt man dazu, hier so kleine Pulper, also kleine Arme von denen. Dann haben wir da drin auch noch kleine Venusmuscheln, klein geschnitten, das die Seafood beitragen. Dann haben wir grüne Erbsen. Wir haben ein bisschen scharfe spanische Pfeffersalami. Dann haben wir natürlich Reis, ganz wichtig für die Paella. Wir haben Knoblauch. Wir haben klein geschnittene Tomaten. Wir haben rote Paprika, Schalotten und rote Zwiebeln. Ein wenig Zitrone brauchen wir nachher noch. Einen Viertelliter Weißwein, ein wenig Kurkuma, Safran für den Reis, ganz wichtig. Gekörnte Brühe, die wir nachher auflösen, ein wenig Chayenne-Pfeffer, Salz und Pfeffer und ein sehr gutes Olivenöl. So, den guten Safran werden wir mit etwas heißem Wasser vermischen. In eine große Pfanne, die keine Teflonbeschichtung hat, sondern Keramik oder Steingut, geben wir etwas Öl. Erhitzen dieses Öl. So, in mittelheißem Öl braten wir jetzt unseren Reis kurz an. Nachdem der Reis dann circa vier, fünf Minuten angebraten ist, geben wir unsere roten Zwiebeln, unsere Schalotten und den Knoblauch hinzu und verrühren das Ganze gut. Nun noch den Knoblauch hinzugeben und weiter schön verrühren und anbraten. Wenn alles dann gut angeschmort ist, geben wir unseren Weißwein hinzu und löschen das Ganze ab. Anschließend kommen unsere Gewürze hinzu und das Ganze kurz aufköcheln lassen. Hier haben wir den Safran oder ihr könnt auch Curry nehmen. Dann haben wir hier, das ist der Safran, das war eben das Kurkuma. Das war der Safran, der aufgelöste. Gut verrühren. Das hat eine gute Farbe dann. Dann geben wir noch etwas Salz und etwas Paprika hinzu. Beziehungsweise ihr könnt scharfen Paprika oder auch Chilipilver nehmen. Da bitte nicht zu viel, damit es nicht zu scharf wird. So, das Ganze kurz aufköcheln lassen. Zeit für unsere Brühe, mit der wir etwas angießen das Ganze. Und dann geben wir nach und nach erst unsere Paprika hinzu, die Tomaten und die Wurst. Die Erbsen brauchen wir etwa fünf Minuten, sollten wir etwa fünf Minuten noch nicht, keine Erbsen. Noch sollten wir etwas warten mit den Erbsen. So, das Ganze jetzt gut verrühren. So, wenn dann fünf Minuten um ist, geben wir dann unsere Erbsen hinzu. Verrühren das Ganze. Das sieht toll aus. Sieht total schön bunt aus. Einfach klasse. Und wenn wir unsere Erbsen drin haben, kommt dann nach und nach unser Seafood obendrauf. Wo wir zuerst jetzt unseren Tutti Frutti Mixt aufpacken. Und diesen auch gut dann verteilen. Und dann kommt unser bisschen wieder Brühe. Und dann können wir auch die anderen ruhig draufpacken. Das braucht ja alles lange Zeit zum Garen. Am besten der Fisch, genau die Fischstücke zuerst. Und das Ganze jetzt immer wieder kontrollieren. Jetzt erstmal den Deckel drauf machen. Und schauen, dass wir nicht zu viel von der Flüssigkeit verlieren. Weil es soll natürlich nicht anbrennen und nicht zu trocken werden. Ihr schaut mal, wie schön das aussieht. Diese schönen tollen Farben. Also, ich glaube die Paella wird sehr gut. So Freunde, unsere Paella ist fast fertig. Wir geben jetzt noch ein bisschen frische Petersilie darüber. Und wie ihr sehen könnt, die Muscheln sind gar. Unsere Garnelen haben die typische rote Farbe für einen Garzustand. Und jetzt werden wir das Ganze mal auf den Tisch packen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So Freunde, hier ist nun unsere wunderbar leckere Seafood Paella. So Freunde, unsere Paella ist fertig. Und wir werden jetzt beide zuschlagen. Und es ist uns gut gelungen, denken wir mal. Und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit den weiteren Videos. Wenn euch das Ganze hier gut gefallen hat, mit uns beiden auch. Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir freuen uns darüber, über euer Feedback. Und hoffe, wir sehen euch dann bald wieder bei einem neuen Video. Jeden Sonntag könnt ihr hier meine Kochrezepte verfolgen. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis bald. Prost. Cheers.